Weißt du, auf meiner Liste von Männern, mit denen ich mal schlafen möchte, da steht Karl so ungefähr auf Platz 51 und du und Uli, ihr teilt euch einen Platz hinter Harald Glöckler. Okay, bis jetzt lief das mit mir und den Frauen nicht so ganz rund. Und doch hatte ich im Urlaub die Frau meiner Träume kennengelernt. Kündest du mich bitte ein? Du bist zusammen. Ich bin der Türkin. Ja, das ist ein Problem. Für ihre Brüder vielleicht? Man würde dich offen reinfischen. Er wirkt mit dem gefälschten Designergürtel. Sei einfach cool, stark und mensch. Ich muss auf einer Skala von Schlumpf bis Batman, da bin ich maximal bei Bastelschlumpf. Was soll ich dir dabei sein? Wie man ein richtiger Mann wird. Okay, wir machen einen Mann aus dir. Yes! Erste Lektion, mach sowas nie wieder. Entschuldigung. Jetzt weiß ich, wie das geht mit der Herrenmode. Erst tragen es die Schwulen, dann die Türken, dann die Heteros. Irgendwann muss man seine Ängste überwinden. Habt ihr was gefunden? Ich weiß es noch nicht.